Das tibetische Buch vom Leben und Sterben des Meditationsmeisters Sogyal Rinpoche, vorgetragen von Rainer Bock, über die Vergänglichkeit. Warum ist es so ungeheuer schwierig, den Tod und die Freiheit zu üben? Und warum eigentlich haben wir eine derartige Angst vor dem Tod, dass wir uns weigern, uns überhaupt mit ihm zu befassen? Irgendwo tief innen wissen wir, dass wir der Begegnung mit dem Tod nicht ständig ausweichen können. Wir wissen, um mit Milarepa zu sprechen, dies Ding, das wir Leichnam nennen und so sehr fürchten, lebt mit uns hier und jetzt. Je länger wir die Konfrontation mit dem Tod hinausschieben, je mehr wir ihn ignorieren, desto größer werden die Angst und Unsicherheit, die uns heimsuchen. Je mehr wir versuchen, vor dieser Angst zu fliehen, desto überwältigender wird sie. Der Tod ist ein tiefes Geheimnis. Zwei Dinge können wir aber über ihn sagen. Es ist absolut gewiss, dass wir sterben werden und es ist unsicher, wann oder wie wir sterben werden. Die einzige Sicherheit, die wir also haben, ist die Unsicherheit bezüglich unserer Todesstunde. Das ist unsere Ausrede, um die direkte Auseinandersetzung mit dem Tod aufzuschieben. Wir sind wie Kinder, die sich beim Versteckspielen die Augen zuhalten und glauben, niemand könne sie sehen. Warum leben wir in solch panischer Angst vor dem Tod? Weil es unser instinktives Verlangen ist, zu leben und am Leben zu bleiben und weil wir den Tod für das grausame Ende all dessen halten, was uns so vertraut ist. Wir ahnen, dass wir in etwas gänzlich Unbekanntes gestoßen werden und uns völlig verändern, wenn wir sterben. Wir stellen uns vor, dass wir uns verloren und verwirrt an erschreckend unbekannten Orten wiederfinden. Wir malen uns aus, es sei wie das Aufwachende in einem völlig fremden Land, allein und gequält von Angst. Wir kennen weder das Land noch die Sprache, wir haben kein Geld, keine Kontakte, keinen Ausweis und keine Freunde. Vielleicht ist aber die eigentliche Ursache unserer Angst die Tatsache, dass wir nicht wissen, wer wir wirklich sind. Wir glauben an eine persönliche, einzigartige und unabhängige Identität. Wagen wir es aber, diese Identität zu untersuchen, dann finden wir heraus, dass sie völlig abhängig ist von einer endlosen Reihe von Dingen, von unserem Namen, unserer Biografie, von Partner, Familie, Heim, Beruf, Freunden, Kreditkarten. Auf diese brüchigen und vergänglichen Stützen bauen wir unsere Sicherheit. Wenn uns all das genommen würde, wüssten wir dann noch, wer wir wirklich sind? Ohne diese vertrauten Requisiten sind wir nur noch wir selbst, eine Person, die wir nicht kennen, ein verdächtiger Fremdling, mit dem wir zwar schon die ganze Zeit zusammenleben, dem wir aber nie zu begegnen wagten. Haben wir nicht aus eben diesem Grund versucht, jeden Augenblick unserer Zeit mit Lärm und Aktivität zu füllen, egal wie trivial oder öde, um sicherzustellen, dass wir nur ja niemals mit diesem Fremden in der Stille allein sein müssen? Deutet das nicht auf etwas grundlegend Tragisches in unserer Art zu leben hin? Wir leben in einer neurotischen Märchenwelt unter einer angenommenen Identität, die nicht wirklicher ist als die Ersatzschildkröte aus Alice im Wunderland. Fasziniert vom Abenteuer des Bauens haben wir das Haus unseres Lebens auf Sand errichtet. Diese Welt kann wunderbar überzeugend scheinen, bis der Tod die Illusion zerschlägt und uns aus unseren Schlupflöchern treibt. Was wird denn aus uns werden, wenn wir keine Ahnung von einer tieferen Wirklichkeit haben? Wenn wir sterben, lassen wir alles zurück, vor allem unseren Körper, den wir so sehr geschätzt haben, auf den wir uns blind verlassen haben und den wir so angestrengt am Leben zu halten versucht haben. Aber auch unser Geist ist um keine Spur verlässlicher als unser Körper. Schauen Sie sich Ihren Geist einmal für wenige Minuten an. Sie werden sehen, er ist wie ein Floh. Andauernd hüpft er hin und her. Sie werden herausfinden, dass Gedanken ohne jede Ursache erscheinen und ohne Verbindung sind. Mitgerissen vom Chaos des jeweiligen Augenblicks sind wir das Opfer der Unbeständigkeit unseres Geistes. Wenn das der einzige Bewusstseinszustand ist, den wir kennen, dann wäre es ein absurdes Glücksspiel, uns im Augenblick des Todes auf diesen Geist verlassen zu wollen. Herbstwolken In seinem Kloster in Nepal war der älteste Schüler meines Meisters, der große Dilgo Kienze Rimpotsche, zum Ende einer Belehrung gekommen. Er war einer der bedeutendsten Lehrer unserer Zeit, Lehrer des Dalai Lama und vieler anderer Meister, die in ihm eine unerschöpfliche Quelle von Weisheit und Mitgefühl sahen. Wir alle schauten auf zu diesem gütig leuchtenden Berg von einem Mann, der gleichzeitig Gelehrter, Poet und Mystiker war und 22 Jahre seines Lebens im Retreat verbracht hatte. Er machte eine Pause und blickte in die Ferne. Ich bin nun 78 Jahre alt und habe in meinem Leben so viel gesehen. So viele junge Menschen sind gestorben, so viele Menschen in meinem Alter und so viele, die älter waren als ich. So viele Menschen, die an der Spitze standen, sind tief gefallen. So viele Menschen, die unten waren, sind an die Spitze aufgestiegen. So viele Länder haben sich verändert. Es hat so viel Aufruhr und Katastrophen gegeben, so viele Kriege und Seuchen, so viel grauenhafte Zerstörung überall in der Welt. Und doch sind all diese Veränderungen nicht wirklicher als ein Traum. Wenn du tief genug schaust, erkennst du, dass nichts dauerhaft und beständig ist. Nichts, nicht einmal das kleinste Härchen auf deinem Körper. Und das ist keine bloße Theorie, sondern etwas, was du wirklich selbst erkennen und mit deinen eigenen Augen sehen kannst. Ich habe mich oft gefragt, warum verändert sich alles? Und ich kann immer nur die eine Antwort finden, weil das Leben eben so ist. Nichts, überhaupt nichts, hat dauerhaften Charakter. Buddha sagte, unser ganzes Dasein ist flüchtig wie Wolken im Herbst. Geburt und Tod der Wesen erscheinen wie Bewegungen im Tanz. Ein Leben gleicht dem Blitz am Himmel. Es rauscht vorbei wie ein Sturzbach den Berg hinab. Einer der Hauptgründe, warum wir so viel Angst haben, uns dem Tod zu stellen, liegt darin, dass wir die Wahrheit der Vergänglichkeit ignorieren. Wir wünschen verzweifelt, alles möge so weitergehen wie bisher und deswegen müssen wir fest daran glauben, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Aber das ist nur Selbstbetrug. Und wie wir nur zu häufig entdecken müssen, hat Glauben wenig oder nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Dieser Trug mit seinen Missverständnissen, seinen Ideen und Annahmen ist das wackelige Fundament, auf das wir unser Leben bauen. Gleichgültig, wie oft die Wahrheit sich einmischt, wir ziehen es mit verzweifeltem Mut vor, unsere Illusion aufrechtzuerhalten. Für uns ist Wandel gleichbedeutend mit Verlust und Leiden. Und wenn sich Veränderung einstellt, versuchen wir uns so gut wie möglich zu betäuben. Stur und ohne nachzufragen, halten wir an der Annahme fest, dass Dauerhaftigkeit Sicherheit verleihe. Vergänglichkeit hingegen nicht. Tatsächlich aber gleicht Vergänglichkeit bestimmten Leuten, denen wir im Leben manchmal begegnen. Anfangs finden wir sie schwierig und irritierend, aber bei näherer Bekanntschaft sind sie viel freundlicher und angenehmer, als wir uns je hätten vorstellen können. Die Natur des Geistes und die Meditation Die noch immer revolutionäre Einsicht des Buddhismus lautet, Leben und Tod sind im Geist und nirgendwo sonst. Der Geist ist die universelle Basis aller Erfahrung, der Schöpfer von Glück und Unglück, der Schöpfer auch dessen, was wir Leben und Tod nennen. Es gibt verschiedene Aspekte des Geistes. Die beiden wichtigsten möchte ich hier vorstellen. Der erste ist der gewöhnliche Geist, im tibetischen Sem genannt. Ein Meister definierte diese Ebene folgendermaßen. Das, was unterscheidendes Gewahrsein besitzt, was Dualität erlebt, etwas Äußeres ergreift oder abweist, ist der Geist. Er ist das, was sich mit etwas anderem verbindet, mit etwas, das als getrennt vom Wahrnehmenden erfahren wird. Sem ist der diskursive, dualistische, denkende Geist, der nur in Verbindung mit projizierten und falsch wahrgenommenen äußeren Bezugspunkten funktionieren kann. Sem ist also der Geist, der denkt, plant, begehrt, manipuliert, der im Zorn auflodert, der Wogen von negativen Gedanken und Emotionen erschafft, in ihnen schwelgt und fortwährend seine eigene Existenz beweisen, sichern und bewerten muss, indem er Erfahrung fragmentiert, konzeptualisiert und verfestigt. Der gewöhnliche Geist ist die unbeständige und widerstandslose Beute äußerer Einflüsse, gewohnheitsmäßiger Tendenzen und Konditionierungen. Die Meister vergleichen Sem mit einer Kerzenflamme in einem offenen Durchgang, allen Winden der Umstände hilflos ausgeliefert. Aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet ist Sem flackernd, instabil, greifend und ständig mit Nebensächlichkeiten und Interpretationen beschäftigt. Seine Energie wird verzehrt durch das Projizieren nach außen. Mir kommt er manchmal vor wie eine mexikanische Springbohne oder wie ein Affe, der ruhelos von Ast zu Ast hüpft. Von einer anderen Warte aus gesehen, besitzt der gewöhnliche Geist allerdings eine unechte, dumpfe Stabilität, eine selbstgefällige und sich selbst schützende Trägheit, die bleierne Ruhe eingefahrener Gewohnheiten. Sem ist so durchtrieben wie ein verlogener Politiker, skeptisch, misstrauisch, meisterhaft in Betrügerei und arglist. Genial, wie Cham-Yang Kienze schrieb im Spiel der Täuschung. In der Erfahrung dieses chaotischen, verwirrten, undisziplinierten und sich ständig wiederholenden Sem, dem gewöhnlichen Geist, durchleben wir wieder und wieder Wandel und Tod. Es gibt aber auch die wahre Natur des Geistes, seine innerste Essenz, die von Wandel und Tod ganz und gar unberührt bleibt. Zurzeit liegt sie in unserem eigenen, gewöhnlichen Geist, in Sem, verborgen, ist verhüllt und verdeckt von der mentalen Geschäftigkeit unserer Gedanken und Emotionen, aber so wie Wolken von einem starken Wind davon geblasen werden können und die strahlende Sonne und den weitoffenen Himmel enthüllen, so kann unter gewissen Umständen eine besondere Inspiration Einblicke in diese Natur des Geistes auslösen. Diese Einblicke sind von unterschiedlicher Tiefe und haben viele Grade, aber jeder erhält unser Verständnis und bringt mehr Sinn und Freiheit. Das ist möglich, weil die Natur des Geistes der Ursprung des Verstehens selbst ist. Auf Tibetisch heißt diese Natur des Geistes Rigpa. Ursprüngliches, reines, makelloses Gewahrsein, das gleichzeitig intelligent, erkennend, strahlend und stets wach ist. Man könnte es das Wissen des Wissens selbst nennen. Wir dürfen aber keinesfalls den Fehler machen anzunehmen, dass die Natur des Geistes sich ausschließlich auf unseren Geist beschränkt. Tatsächlich ist sie die Natur von allem. Es kann nicht oft genug betont werden, die Natur des eigenen Geistes erkennen bedeutet, die Natur von allem zu erkennen. Heilige und Mystiker aller Zeiten haben ihre Erkenntnisse und Verwirklichung mit verschiedenen Namen geschmückt, ihnen viele Gesichter und Interpretationen verliehen, aber alle erfahren gleichermaßen die essentielle Natur des Geistes. Christen und Juden nennen sie Gott. Hindus nennen sie das Selbst, Shiva, Brahman und Vishnu. Sufi-Mystiker nennen sie die verborgene Essenz. Und Buddhisten Buddha-Natur. Im Herzen aller Religionen liegt die Gewissheit, dass es eine grundlegende Wahrheit gibt und dass dieses Leben eine geheiligte Möglichkeit ist, sich zu entwickeln und diese Wahrheit zu erkennen und zu verwirklichen. Schulung des Geistes Glücklicherweise leben wir in einer Zeit, in der überall auf der Welt viele Menschen langsam mit Meditation vertraut werden. Sie findet zunehmend Anerkennung als eine Übung, die kulturelle und religiöse Grenzen überschreitet und die denen, die sie üben, einen direkten Kontakt mit der Wahrheit ihres Seins ermöglicht. Meditation ist eine Praxis, die die Dogmen der Religionen überschreitet und gleichzeitig Essenz aller Religionen ist. Normalerweise sind wir von unserem wahren Selbst abgelenkt und vergeuden unser Leben in endlosem Tun. Meditation dagegen ist der Weg, der uns zu uns selbst zurückführt und auf dem wir jenseits aller Gewohnheitsmuster unser wahres Wesen erfahren und spüren können. Wir verbringen unser Leben in intensiven und angstvollem Kampf, in einem Strudel aus Hektik und Aggression, in ehrgeiziger Konkurrenz, in Greifen, Verlangen und Besitzen wollen und belasten uns unaufhörlich mit sinnlosen Aktivitäten und Vorhaben. Meditation ist das genaue Gegenteil. Meditation bedeutet, aus unseren normalen Handlungsmustern vollständig auszubrechen, denn sie ist ein Zustand ohne alle Sorgen und Bedenken, in dem es keinerlei Wettbewerb gibt, keine Gier, irgendetwas ergreifen oder besitzen zu wollen, keinen angstvollen Kampf und keinen Zwang, irgendetwas erreichen zu müssen. Meditation ist ein Zustand ohne Ehrgeiz, in dem es weder annehmen noch ablehnen gibt, weder Hoffnung noch Furcht. Ein Zustand, in dem sich langsam alle Emotionen und Konzepte, die uns schon so lange gefangen gehalten haben, auflösen in den Raum natürlicher Einfachheit. Die buddhistischen Meditationsmeister wissen, wie flexibel und beeinflussbar der Geist ist. Wenn wir ihn schulen, ist alles möglich. Tatsächlich sind wir ja bereits perfekt von und für Samsara trainiert. Wir haben Übung darin, eifersüchtig zu werden, festzuhalten, ängstlich, traurig, verzweifelt und gierig zu sein. Wir sind geübt, mit Ärger auf alles zu reagieren, was uns provoziert. Wir sind tatsächlich schon so gut trainiert, dass diese negativen Emotionen ganz spontan entstehen, ohne dass wir auch nur versuchen müssten, sie hervorzurufen. Alles ist daher eine Frage der Übung und der Macht der Gewohnheit. Widmen wir den Geist der Verwirrung, wird er, und das wissen wir alle nur zu gut, wenn wir ehrlich sind, ein dunkler Meister der Verblendung, genial im Erzeugen von Süchten, geschickt und von perverser Geschmeidigkeit in seinen sklavischen Abhängigkeiten. Widmen wir ihn aber der Meditation und dem Ziel, sich selbst von Täuschung zu befreien, werden wir erleben, dass sich unser Geist im Lauf der Zeit mit Geduld, Disziplin und der rechten Übung allmählich selbst zu entwirren beginnt und zu seiner ihm innewohnenden Glückseligkeit und Klarheit findet. Den Geist zu schulen bedeutet hier keinesfalls, ihn gewaltsam zu unterdrücken oder einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Geistesschulung heißt zuerst einmal, direkt und klar zu erkennen, wie der Geist arbeitet. Ein Wissen, das man aus den spirituellen Lehren in Verbindung mit persönlicher Erfahrung in der Meditationspraxis gewinnt. Dieses Verständnis können wir dann nutzen, um den Geist zu zähmen und geschickt mit ihm umzugehen, ihn immer geschmeidiger zu machen, damit wir endlich Herr unseres eigenen Geistes werden und ihn schließlich voll und ganz auf wirklich nutzbringende Weise einsetzen können. Die Weisheit der Ichlosigkeit Manchmal frage ich mich, wie sich ein Mensch aus einem kleinen tibetischen Dorf wohl fühlen müsste, wenn man ihn unvermittelt in eine moderne Großstadt mit all ihrer ausgefeilten Technologie versetzen würde. Er würde vermutlich annehmen, er wäre gestorben und befände sich jetzt im Bardo-Zustand. Er würde ungläubig die Flugzeuge angaffen, die über ihm durch den Himmel ziehen oder staunend sehen, wie sich jemand am Telefon mit einem Menschen auf der anderen Seite der Welt unterhält. Er müsste glauben, Wunder zu erleben. Dabei ist all das für einen Menschen der modernen Welt mit einer Erziehung, die den wissenschaftlichen Hintergrund dieser Dinge schrittweise erklärt, völlig normal. In ganz ähnlicher Art und Weise gibt es im tibetischen Buddhismus eine grundlegende, normale und elementare spirituelle Erziehung, eine vollständige spirituelle Schulung für den natürlichen Bardo dieses Lebens, die einem das wesentliche Vokabular, das kleine Einmaleins des Geistes vermittelt. Grundlage dieser Schulung ist das, was die drei Weisheitswerkzeuge genannt wird. Die Weisheit des Zuhörens und Hörens, die Weisheit der Kontemplation und des Nachdenkens und die Weisheit der Meditation. Stellen Sie sich einen Menschen vor, der nach einem Autounfall im Krankenhaus aufwacht und unter völligem Gedächtnisverlust leidet. Äußerlich ist alles intakt. Das Gesicht und die Gestalt sind noch genau dieselben, die Sinne und der Geist sind vorhanden, aber dieser Mensch hat auf einmal nicht mehr die geringste Ahnung, wer er eigentlich ist. Genauso erinnern wir uns nicht mehr an unsere wahre Identität, unsere eigentliche Natur. Von panischer Angst besessen irren wir umher und improvisieren eine neue künstliche Identität, an die wir uns mit der Verzweiflung desjenigen klammern, der in einen Abgrund zu stürzen droht. Diese falsche und aus Unwissenheit angenommene Identität ist das Ich. Ich ist die Abwesenheit des wahren Wissens um unser eigentliches Selbst, zusammen mit den entsprechenden Ergebnissen, einem verhängnisvollen Festklammern um jeden Preis an einem zusammengestückelten, behelfsmäßigen Selbstbild, einem unvermeidlich trügerischen Scharlatan selbst, das sich wie ein Chamäleon andauernd verändern muss, um die Fiktion seiner Existenz am Leben zu halten. Das tibetische Wort für Ich, Dakzin, bedeutet Greifen nach einem Selbst. Damit wird das Ich definiert als unaufhörliche Bewegung des Greifens nach der trügerischen Wahrnehmung eines Ich und Mein, Selbst und Andere und es beinhaltet alle Konzepte, Ideen, Begierden und Aktivitäten, die diese falsche Konstruktion aufrechterhalten. Dieses Greifen ist von Anfang an sinnlos, zum Scheitern verurteilt und muss zu Frustration führen, denn das, wonach wir greifen, ist seinem Wesen nach ungreifbar, entbehrt es doch jeglicher Grundlage oder wahrer Identität. Die Tatsache, dass wir überhaupt zwanghaft greifen müssen und nicht damit aufhören können, zeigt, dass wir in unserem tiefsten Innern sehr wohl um die eigentliche Nicht-Existenz dieses Selbst wissen. Aus diesem insgeheimen Nerven aufreibenden Wissen resultieren all unsere grundlegenden Unsicherheiten und Ängste. Solange wir das Ich nicht entlarvt haben, wird es uns weiterhin an der Nase herumführen, einem schmierigen Politiker vergleichbar, der unaufhörlich mit leeren Versprechungen jongliert oder einem Anwalt, der unermüdlich geniale Lügengebilde und Strategien erfindet oder dem Gastgeber einer Talkshow, der sich in einem unerschöpflichen Strom von leerem Geschwätz aus süßlichen Schmeicheleien und anbiederndem Geschwafel ergeht, letztlich aber nichts zu sagen hat. Viele Leben in Unwissenheit haben uns dazu gebracht, unser ganzes Wesen mit dem Ich zu identifizieren. Der größte Triumph des Ich aber ist, uns zu dem Glauben zu verleiten, seine Interessen seien auch die unseren. Ja, es überzeugt uns sogar, dass unser Überleben an das Seine gebunden sei. Das ist übelster Zynismus, wenn man bedenkt, dass das Ich und sein Greifen ja die Wurzel all unseres Leidens ist. Dennoch ist das Ich dermaßen überzeugend und wir sind so lange sein Opfer gewesen, dass allein der Gedanke, jemals ichlos zu werden, uns in schiere Panik versetzt. Ichlos zu sein, so raumt uns das Ich zu, bedeute all den reichen Zauber des Menschseins zu verlieren und zu einem farblosen Roboter oder zu hirnlosem Gemüse reduziert zu werden. Das Ich versteht es ganz wunderbar, unsere grundlegende Angst vor dem Unbekannten und davor, die Kontrolle zu verlieren, gegen uns auszuspielen. Wir sagen uns vielleicht, es wäre wirklich besser, das Ich aufzugeben, es verursacht mir so viel Leiden, aber was wird dann aus mir? Das Ich wird dir süßlich zuflüstern, ich weiß, dass ich manchmal eine Nervensäge sein kann und glaube mir, ich kann gut verstehen, dass du mich loswerden willst. Aber ist das auch wirklich das, was du willst? Denk mal nach. Was wird denn aus dir, wenn ich verschwinde? Wer wird sich um dich kümmern? Wer wird sich so um dich sorgen und dich beschützen wie ich all die Jahre? Selbst wenn wir die Lügen des Ego durchschauen sollten, haben wir immer noch zu viel Angst, es tatsächlich auch aufzugeben, denn ohne ein echtes Wissen um die Natur unseres Geistes, unsere wahre Identität, sehen wir einfach keine Alternative. Wieder und wieder geben wir den Forderungen des Ich nach, mit demselben traurigen Selbstekel, mit dem ein Alkoholiker nach der Flasche greift, von der er weiß, dass sie ihn zerstört, oder wie der Drogensüchtige, der sich der Droge ergibt, von der er weiß, dass sie ihm nach einem kurzen Hochgefühl nur noch tieferes Elend und größere Verzweiflung beschert. Herzensrat zur Sterbebegleitung, zum Sterben und zu den Ängsten. Emily, eine Frau von Ende 60, lag in einem Hospiz im Sterben. Sie hatte Brustkrebs. Ihre Tochter kam täglich zu Besuch und die beiden schienen eine gute Beziehung zu haben. Aber nachdem ihre Tochter gegangen war, zog sich Emily fast immer zurück und weinte. Nach einer Weile wurde auch der Grund für dieses merkwürdige Verhalten klar. Die Tochter hatte sich nicht nur geweigert, das Sterben ihrer Mutter zu akzeptieren, sondern sie sogar stets gedrängt, positiv zu denken, in der Hoffnung, dass damit der Krebs doch noch geheilt werden könnte. Die Folge war, dass Emily alle ihre Gedanken und tiefen Ängste, ihre Panik und Trauer für sich behalten musste. Sie hatte niemanden, dem sie diese Gefühle mitteilen konnte. Niemanden, der sie dabei unterstützte, ihr Leben zu verstehen und einen Sinn im Sterben zu finden. Eine von Herzen kommende, furchtlose Kommunikation mit anderen aufzubauen, gehört zu den wichtigsten Dingen im Leben. Und wie die Geschichte von Emily mir gezeigt hat, wird dies nirgendwo deutlicher als bei Sterbenden. Häufig sind Sterbende reserviert und unsicher, wenn man ihnen das erste Mal begegnet, weil sie sich über ihre Absichten nicht im Klaren sind. Nehmen sie nicht an, dass Außergewöhnliches von ihnen erwartet wird. Seien sie einfach entspannt und natürlich, sie selbst. Sterbende sagen oft nicht, was sie wirklich wollen oder meinen. Und auch die Angehörigen sind häufig unbeholfen, wissen nicht, was sie tun oder sagen sollen. Es kann schwierig sein, herauszufinden, was die Sterbenden eigentlich auszudrücken oder manchmal auch zu verbergen suchen. Manchmal wissen sie es selbst nicht einmal. Es ist also ganz wichtig, zuerst einmal die gespannte Atmosphäre aufzulockern und zwar so, wie es sich am natürlichsten ergibt. Wenn ein Vertrauensverhältnis aufgebaut worden ist, kann eine entspannte Atmosphäre entstehen, die es dem Sterbenden ermöglicht, Dinge zur Sprache zu bringen, die ihm wirklich am Herzen liegen. Bestärken sie den Menschen freundlich darin, sich frei zu fühlen, wirklich alle seine Gedanken, Ängste und Emotionen über Tod und Sterben zum Ausdruck zu bringen. Dieses aufrichtige und rückhaltlose Offenbaren aller Emotionen ist die unerlässliche Grundlage jeder Transformation, ob es nun darum geht, mit dem Leben ins Reine zu kommen oder einen guten Tod zu sterben. Sie müssen ihrem Gegenüber völlige Freiheit geben, alles, was hochkommen mag, auch auszudrücken. Wenn der sterbende Mensch dann schließlich seine geheimsten Gefühle ausdrückt, unterbrechen sie ihn nicht, widersprechen sie nicht und spielen sie nicht herunter, was gesagt wird. Ein Todkranker oder Sterbender ist in der verletzlichsten Lage seines ganzen Lebens und es wird ihr ganzes Geschick und Einfühlungsvermögen erfordern, sowie jedes bisschen Wärme und liebevolles Mitgefühl, das sie nur aufbringen können, um ihm die Möglichkeit zu geben, sich ganz und gar zu offenbaren. Lernen Sie zuzuhören, in einem offenen, ruhigen Schweigen aufzunehmen, in dem sich der andere angenommen fühlt. Seien Sie so entspannt und gelassen wie nur möglich. Sitzen Sie bei Ihrem sterbenden Freund oder Verwandten, lassen Sie ihn spüren, dass es nichts Wichtigeres oder Schöneres zu tun gibt. Ich habe gelernt, dass hier, wie in allen anderen schwierigen Lebenssituationen, zwei Dinge besonders wichtig sind. gesunder Menschenverstand und Sinn für Humor. Humor hat die wunderbare Eigenschaft, die Atmosphäre aufzuhellen. Humor hilft, den Prozess des Sterbens in seine wahre, universelle Perspektive zu rücken und die übertriebene Ernsthaftigkeit und Spannung der Situation aufzulockern. Setzen Sie daher Humor so geschickt und einfühlsam wie möglich ein. Meine eigene Erfahrung hat mich auch gelehrt, dass man auf keinen Fall etwas zu persönlich nehmen darf. Wenn Sie es am wenigsten erwarten, kann der Sterbende Sie zur Zielscheibe all seines Zornes machen und Ihnen an allem die Schuld geben. Wie Elisabeth Kübler-Ross sagt, können Zorn und Vorwürfe in alle Richtungen gehen und mehr oder weniger zufällig auf alles und jeden projiziert werden. Nehmen Sie nur ja nicht an, dieser Zorn sei wirklich auf Sie persönlich gerichtet. Wenn Sie sich nur bewusst machen, aus wie viel Angst und Trauer er entsprungen ist, werden Sie auf diesen Zorn nicht so reagieren, dass die Beziehung Schaden nehmen könnte. Hin und wieder mögen Sie versucht sein, einem Sterbenden Predigten zu halten oder ihm Ihre eigenen spirituellen Rezepte aufzudrängen. Widerstehen Sie dieser Versuchung unbedingt, besonders dann, wenn es Grund zu der Annahme gibt, dass es nicht das ist, was der Sterbende wünscht oder braucht. Niemand lässt sich gern durch Missionierung retten. Bedenken Sie, dass es nicht Ihre Aufgabe ist, irgendjemanden zu irgendwas zu bekehren, sondern dass Sie dem Menschen vor Ihnen helfen sollen, mit seiner eigenen Stärke, seinem Vertrauen, seinem persönlichen Glauben und seiner Spiritualität in Kontakt zu kommen, wie immer diese auch aussehen mögen. Wenn der Mensch allerdings für Spiritualität wirklich offen ist und Sie nach Ihrer Meinung fragt, dann seien Sie auch nicht zurückhaltend. Überfordern Sie sich nicht und hegen Sie nicht die Erwartung, dass Ihre Hilfe wunderbare Veränderung im Sterbenden bewirkt und ihn rettet. Sie wären nur enttäuscht. Menschen sterben so, wie sie auch gelebt haben, als Sie selbst. Damit Verständigung wirklich möglich wird, müssen Sie dem Anderen im Rahmen des spezifischen Hintergrunds seines Lebens, seines Charakters und seiner persönlichen Geschichte begegnen und ihn rückhaltlos so akzeptieren, wie er ist. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Ihr Einsatz wenig Wirkung zeigt und beim Sterbenden nicht anzukommen scheint. Die tieferen Auswirkungen unserer Fürsorge können wir ohnehin nicht ermessen. Bedingungslose Liebe Wir leben in einer Kultur, die den Menschen so gut wie keinen spirituellen Bezug für ihre Gedanken, Emotionen und Erfahrungen bietet. Und viele Menschen, die mit dem Tod ihrer letzten und größten Herausforderung begegnen, finden sich unvorbereitet und fühlen sich von ihrer eigenen Unwissenheit betrogen. Dass darüber hinaus anscheinend niemand Sie und ihre tiefsten Bedürfnisse zu verstehen und ernst zu nehmen scheint, lässt sie dann ganz besonders frustriert und zornig werden. Cicely Saunders, die große Vorkämpferin der Hospizbewegung in Großbritannien, schreibt, Ich fragte einmal einen Mann, der wusste, dass er bald sterben würde, was er von denen, die ihn pflegten, am meisten erwarte. Er sagte, dass jemand zumindest den Versuch macht, mich zu verstehen. Es ist sicherlich unmöglich, einen anderen Menschen ganz und gar zu verstehen, aber ich habe nie vergessen, dass es ja nicht der Erfolg war, um den er gebeten hatte, sondern nur um genug Interesse, es wenigstens zu versuchen. Sterben und Ängste Sie können einem sterbenden Menschen nicht helfen, bis sie sich nicht eingestanden haben, wie sehr seine Angst vor dem Tod sie selbst aufwühlt und mit ihren eigenen unangenehmsten Ängsten konfrontiert. Mit sterbenden Arbeiten ist, wie in einen klaren und deutlichen Spiegel ihrer eigenen Wirklichkeit zu blicken. Sie sehen darin das nackte Angesicht ihrer eigenen panischen Angst vor Schmerzen und Verlust. Wenn Sie nicht bereit sind, sich Ihrer Panik und der Angst in Ihnen selbst zu stellen und sie zu akzeptieren, wie können Sie sie dann im Menschen vor Ihnen ertragen? Wenn Sie versuchen wollen, Sterbenden zu helfen, müssen Sie notgedrungen jede Ihrer Reaktionen sehr sorgsam beobachten, weil sich alle Ihre Regungen in denen des sterbenden Menschen widerspiegeln und damit dafür ausschlaggebend sind, ob Sie ihm helfen oder eher schaden. Sich aufrichtig mit Ihrer eigenen Angst auseinanderzusetzen, wird Sie auch in Ihrem eigenen Reifungsprozess voranbringen. Manchmal denke ich, dass nichts unser Wachstum zu wahrer Menschlichkeit mehr beschleunigen kann als die Arbeit mit Sterbenden. Für Sterbende zu sorgen ist immer auch eine tiefe Kontemplation und Reflexion über den eigenen Tod. Ein Weg, dem eigenen Sterben ins Gesicht zu sehen und sich damit auseinanderzusetzen. Durch Ihre Arbeit mit Sterbenden können Sie zu Entschlossenheit gelangen, weil Sie klar erkennen, was das Wichtigste im Leben ist. Um Sterbenden wirklich helfen zu können, müssen wir uns zuerst furchtlos und selbstverantwortlich unserem eigenen Tod stellen und in uns die erste Ahnung eines Mitgefühls entdecken, das so grenzenlos ist, wie wir es uns niemals hätten vorstellen können. Nur wenn Sie sich Ihrer eigenen Todesängste bewusst werden, können Sie die Ängste des Sterbenden verstehen. Stellen Sie sich diese Schreck nur einmal eindringlich vor. Angst zu leiden, Angst vor unkontrollierbaren Schmerzen, Angst vor dem Verlust der Würde, Furcht vor Abhängigkeit, Sorge, dass das vergangene Leben sinnlos gewesen sein könnte, Angst vor der Trennung von all denen, die wir lieben, Angst davor, die Kontrolle zu verlieren, Angst, nicht mehr respektiert zu werden und vielleicht die größte unter unseren Ängsten, die Angst vor der Angst selbst, die immer mehr Macht gewinnt, je mehr wir ihr auszuweichen suchen. Wenn Sie Angst haben, fühlen Sie sich gewöhnlich isoliert, einsam und ohne Unterstützung. Aber wenn Ihnen jemand Gesellschaft leistet und mit Ihnen über seine eigenen Ängste spricht, dann erkennen Sie, dass Angst universell ist und zumindest der Eindruck des Ausnahmezustands, das isolierend Individuelle am Schmerz, ist beseitigt. Ihre Ängste werden wieder an die rechte Stelle im menschlichen und universellen Gesamtzusammenhang gerückt. Dann sind Sie fähig zu verstehen, mitfühlender zu sein und mit Ihren eigenen Ängsten sehr viel positiver und inspirierender umzugehen. Wenn Sie an der Konfrontation mit Ihren eigenen Ängsten wachsen und lernen, sie anzunehmen, werden Sie zunehmend empfänglicher für die Leiden des Menschen vor Ihnen und Sie merken, wie Sie die Intelligenz und Einsicht entwickeln, die Sie brauchen, um dem Menschen einfühlsam dabei helfen zu können, seine eigenen Ängste offen zu legen, sich mit ihnen auseinander zu setzen und sich schließlich mit Geschick aufzulösen. Sich ihren eigenen Ängsten zu stellen, macht Sie nämlich nicht nur mitfühlender, mutiger und klarer, sondern auch geschickter. Und dieses Geschick lässt Sie Mittel und Wege finden, dem Sterbenden zu der Kraft zu verhelfen, sich selbst mit tiefem Verständnis gegenüberzutreten. Die Furcht, die wir alle vor unerträglichen Schmerzen im Todesprozess haben, gehört zu den Ängsten, die sich am leichtesten zerstreuen lassen. Ich würde es gern sehen, wenn alle Menschen wüssten, dass diese Angst heutzutage eigentlich nicht mehr nötig ist. Körperliches Leiden kann und sollte auf ein Minimum reduziert werden, liegt doch schon genug Leid im Tode selbst. Eine Studie am St. Christophers Hospiz in London hat gezeigt, dass mit der richtigen Pflege 98% der Patienten friedlich sterben können. Die Hospizbewegung hat eine Vielzahl von Methoden entwickelt unter Verwendung verschieden kombinierter Medikamente, die durchaus nicht immer nur Betäubungsmittel zu sein brauchen, um eine effektive Schmerzbeherrschung zu ermöglichen. Die buddhistischen Meister sprachen von der Notwendigkeit bewusst zu sterben, den Tod auf geistiger Ebene so klar, unvernebelt und heiter wie nur irgendmöglich zu meistern. Den Schmerz unter Kontrolle zu halten, ohne das Bewusstsein des Menschen zu trüben, ist die Grundvoraussetzung für diese Forderung und heutzutage sehr wohl möglich. Jeder Mensch sollte in dieser wichtigsten Übergangsphase, die ihm ohnehin schon alles abverlangt, in den Genuss dieser grundlegenden Unterstützung kommen. Schmerz zu Vielen Dank.